Die Chance, er kommt an den Ball per Hechtsprung, klasse gemacht, da hat er gar nichts anbrennen lassen, das macht die Nase. Sie suchen die Lücke, spielt den Ball. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen, so hatten sie sich. Lea, ganz starke Aktion vom Torhüter. Florian Neuhaus. Florian Neuhaus. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Das ist jetzt seine Chance. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Sommer verhindert mit den Fingerspitzen. Das Tor bringt den Ball über die Latte. Dennis Zaccaria. Ja, energischer Vorstoß. Was für eine Rettungstat gehalten. Hm. Musik Musik